so leute ich schon wieder heute ein zentrales thema bei zentralverriegelungen und zwar sicherheit völlig überraschend für mich fand ich mich neulich schon wieder in so einen baumarkt ihr weisse bin ich rumgelaufen hier thema sicherheit da habe ich ja auch mit sicherheit geht da was bin ich vorbeigelaufen sicherheitsschuhe habe ich so einen mann gefragt er ist zufällig horst genau einen horst aber da war ein anderer horst auf jeden fall hat er gesagt geben sie acht auf ihre sicherheit mit sicherheitsschuhe habe ich nachgedacht der mann hat recht aber ich meine pärchen von der sicherheitsschuhe gekauft und zwar da war sonderaktion zwei paar kaufen drei bezahlen sofort zu ihr schlagen hause getestet mit meine schuhe hier habe ich über sicherheitsschuhe drauf gehauen mit hammer nix passiert alle anderen schuhe haben das nicht ausgehalten habe ich kurzen prozess gemacht alle fortgeworfen fort weg mit dem zeug sicherheit ist bei mich trumpf sicherheitsschuhe vor präsident weisse weil ich will verhindern dass ich keine unsicherheit an die füße habe weil vom fuß kommt und am kopf endet fertig mit der massage was 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 es